Richard Gere steht vor einer der größten Herausforderungen seines Lebens, da seine Frau Alejandra Silva mit einer schweren Gesundheitsdiagnose zu kämpfen hat. Alejandra ist für ihr Engagement als Aktivistin und ihre Arbeit als PR-Beraterin bekannt und hat viele Menschen durch ihre Hingabe an humanitäre Projekte inspiriert. Doch hinter ihrem strahlenden Lächeln verbirgt sich der Kampf mit einer ernsten Krankheit, die nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Liebsten tief getroffen hat. In dieser schwierigen Zeit bleibt Richard Gere fest an ihrer Seite. Seine Hingabe zu Alejandra ist außergewöhnlich, während er sie mit Anmut und Liebe unterstützt. Aber um welche Krankheit handelt es sich bei Alejandra? In diesem Video erfahren Sie mehr darüber, wie Richard Gere Abschied nimmt, nachdem seine Frau eine tragische Diagnose erhalten hat. Frühes Leben und philanthropisches Engagement Vor kurzem wurde bei Alejandra eine Krankheit diagnostiziert, die ihr Leben zum Stillstand gebracht hat. Doch bevor sie erkrankte, führte sie ein glückliches Leben an der Seite ihres Mannes. Um zu verstehen, wie sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte, müssen wir auf ihr frühes Leben und die Ereignisse zurückblicken, die zu ihren gesundheitlichen Problemen führten. Alejandra Silva wurde am 16. Februar 1983 in der schönen Küstenstadt La Coruña, Spanien, geboren. Sie wuchs in einer einflussreichen und gut vernetzten Familie auf und ihre Kindheit war alles andere als gewöhnlich. Ihr Vater, Ignacio Silva, bekleidete eine angesehene Position als Vizepräsident des Fußballclubs Real Madrid, was die Familie ins Rampenlicht rückte. Ihre Mutter, Paola Garcia Barquero, war eine bekannte Persönlichkeit der High Society, die oft bei gesellschaftlichen Anlässen präsent war und Alejandras Erziehung mit einem Hauch von Glamour bereicherte. Mit einer jüngeren Schwester namens Isabella war Alejandras Familienleben geprägt von den Arten von Möglichkeiten und Erfahrungen, von denen andere Kinder nur träumen können. Doch wie genau hat dies ihr Leben verbessert? Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht die Details im nächsten Teil des Videos. Schon in jungen Jahren öffneten Alejandras väterliche Verbindungen in der Geschäftswelt und im Sport zahlreiche Türen. Der Status der Familie ermöglichte ihr eine privilegierte Erziehung, bei der sie einflussreiche Persönlichkeiten traf und an exklusiven gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnahm. Diese frühen Einblicke halfen ihr, ihre Interessen zu formen und legten den Grundstein für ihre späteren Aktivitäten. Auch ihre Eltern waren stark in wohltätige Aktivitäten eingebunden, was in Alejandra schon früh eine Leidenschaft für Philanthropie weckte. Diese prägenden Einflüsse halfen ihr, ein ausgeprägtes soziales Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und den Wunsch, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Alejandra besuchte eine renommierte private Schule in Madrid, wo sie eine zweisprachige Ausbildung in Spanisch und Englisch erhielt. Diese frühe Bildung war nicht nur akademischer geprägt, sondern förderte auch ihr wachsendes Interesse an internationalen Angelegenheiten und humanitären Themen. Sie nahm aktiv an verschiedenen außerschulischen Aktivitäten teil und zeichnete sich sowohl im Sport als auch in den Künsten aus. Ihre Lehrer und Mitschüler schätzten sie für ihre akademischen Leistungen und ihr begeistertes Engagement bei Schulveranstaltungen, was die Grundlage für ihre späteren Erfolge legte. Trotz ihres aktiven Lebensstils litt Alejandra in ihrer Kindheit an kleineren Gesundheitsproblemen, darunter Asthma. Ihre Familie sorgte jedoch dafür, dass sie die beste medizinische Versorgung erhielt, einschließlich regelmäßiger Kontrolluntersuchungen und Behandlungen, um ihre Erkrankung zu bewältigen. Diese gesundheitlichen Herausforderungen hielten sie jedoch nicht zurück. Mit der Unterstützung ihrer Familie führte sie ein ausgeglichenes und gesundes Leben, in dem sie weiterhin sportliche und andere körperliche Aktivitäten betrieb, die sie fit und aktiv hielten. Alejandras Kindheit war zudem geprägt von ausgedehnten Reisen mit ihrer Familie. Sie besuchten zahlreiche Länder in Europa und darüber hinaus, was ihr die Möglichkeit gab, verschiedene Kulturen und Sprachen kennenzulernen. Diese globale Perspektive beeinflusste maßgeblich ihr späteres Interesse an internationaler humanitärer Arbeit. Sie nahm an kulturellen Veranstaltungen und Festivals während ihrer Reisen teil, was ihr Verständnis und ihre Wertschätzung für unterschiedliche Traditionen bereicherte. Diese Erfahrungen spielten eine entscheidende Rolle bei der Prägung ihrer Weltsicht und Ambitionen. Im Teenageralter besuchte Alejandra eine angesehene internationale Schule in Madrid, wo sie weiterhin hervorragende Leistungen erbrachte. Ihr Bildungsweg umfasste ein breites Spektrum an Fächern, darunter Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und Sprachen. Sie war aktiv in der Model United Nations und anderen internationalen Schülerorganisationen engagiert, was ihre Führungsqualitäten weiterentwickelte. Durch Schulprojekte und Aktivitäten erlangte sie Anerkennung für ihre akademischen Erfolge und ihren Beitrag zur Schulgemeinschaft. Alejandra stand vor persönlichen Herausforderungen, als sie ihre aufstrebende Karriere mit ihrem philanthropischen Engagement in Einklang zu bringen versuchte. Dabei begegnete sie beruflichen Rückschlägen und privaten Problemen. Doch ihre Entschlossenheit und ihr Durchhaltevermögen halfen ihr, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Unterstützung erhielt sie von ihrer Familie und ihren Mentoren, die ihr halfen, diese schwierigen Phasen zu bewältigen. Diese Erfahrungen lehrten sie wertvolle Lektionen und formten ihren Charakter, wodurch sie auf die kommenden Herausforderungen und Chancen vorbereitet wurde. Der Aufbau eines starken beruflichen Netzwerks war ein wichtiger Aspekt von Alejandras früher Karriere. Sie knüpfte Kontakte zu Branchenführern und nutzte die Verbindungen ihrer Familie, um ein stabiles Netzwerk aufzubauen. Durch die Teilnahme an beruflichen Verbänden und Networking-Veranstaltungen formte sie lebenslange Beziehungen und Partnerschaften, die ihrer Karriere zugute kamen. Diese Verbindungen spielten eine entscheidende Rolle in ihrer beruflichen Laufbahn und halfen ihr, sich im komplexen Umfeld ihrer Branche zurechtzufinden. Mit fortschreitender Karriere verlagerte Alejandra ihren Fokus allmählich von der Werbung hin zur hauptberuflichen humanitären Arbeit. Diese Veränderung war von ihrer Leidenschaft für Philanthropie und dem Wunsch, einen bedeutenderen Beitrag zu leisten, getrieben. Ihre Familie und Mentoren unterstützten diese Entscheidung und halfen ihr, den Übergang zu meistern. Zunächst engagierte sie sich in lokalen humanitären Projekten, erkannte jedoch schnell, dass ihre wahre Berufung im humanitären Bereich lag. Alejandra gründete ihre eigene Wohltätigkeitsorganisation, die sich auf Kinderrechte und Bildung konzentrierte. Sie arbeitete mit internationalen Hilfsorganisationen zusammen und setzte erfolgreich verschiedene Projekte in Spanien und im Ausland um. Ihre Arbeit fand Anerkennung und sie wurde für ihre Beiträge zu humanitären Anliegen gefeiert. Diese Erfolge festigten nicht nur ihre berufliche Identität, sondern stärkten auch ihr Engagement, einen positiven Unterschied zu machen. Ihre humanitären Projekte konzentrierten sich auf die Bereitstellung von Bildung und Gesundheitsversorgung für benachteiligte Kinder. Sie organisierte erfolgreiche Kampagnen, um das Bewusstsein zu schärfen und Spenden für diese Anliegen zu sammeln und arbeitete mit globalen Organisationen zusammen, um die Reichweite ihrer Projekte zu erweitern. Alejandra war in einen Aspekt ihrer wohltätigen Arbeit tief involviert, von der Planung bis hin zur Umsetzung und sorgte dafür, dass ihre Initiativen einen greifbaren Einfluss auf die Gemeinschaften hatten, denen sie diente. Für ihre humanitären Bemühungen erhielt Alejandra verschiedene Auszeichnungen und Anerkennungen. Internationale Organisationen und staatliche Stellen würdigten ihre Leistungen und ihre Arbeit wurde häufig in den Medien hervorgehoben. Diese Ehrungen stärkten ihr Engagement für die Philanthropie und halfen, das Bewusstsein für die von ihr unterstützten Anliegen zu schärfen. Ihre unermüdliche Hingabe an die humanitäre Arbeit war ein Zeugnis für ihren Charakter und ihren Wunsch, einen bleibenden Einfluss zu hinterlassen. Während ihrer frühen Reise erlebte Alejandra auch bedeutendes persönliches Wachstum. Ihre Erfahrungen im humanitären Bereich halfen ihr, Führungsqualitäten zu entwickeln und eine globale Perspektive einzunehmen. Sie lernte wertvolle Lektionen aus der Arbeit mit verschiedenen Gemeinschaften und Kulturen, was ihre persönlichen Werte und Überzeugungen prägte. Ihre Leidenschaft für Philanthropie und sozialen Einfluss beeinflusste jeden Aspekt ihres Lebens. Neben ihrer Karriere und ihren Wohltätigkeiten hatte Alejandra eine Leidenschaft für Kunst, insbesondere Malerei und Theater, die sie parallel verfolgte. Sie liebte Sport, vor allem Schwimmen und Tennis und genoss es zu reisen und neue Kulturen zu entdecken. Lesen und Schreiben gehörten ebenfalls zu ihren liebsten Hobbys, die ihr einen kreativen Ausgleich boten. Diese Interessen und Hobbys bereicherten ihr persönliches und berufliches Leben und verschafften ihr eine ausgeglichene Sichtweise. Soziale und berufliche Netzwerke spielten eine entscheidende Rolle in Alejandras Werdegang. Sie nahm aktiv an gesellschaftlichen Ereignissen und beruflichen Zusammenkünften teil und baute und pflegte starke Netzwerke. Diese Verbindungen beeinflussten sowohl ihre Karriere als auch ihre humanitäre Arbeit und ermöglichten ihr die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Personen und Organisationen. Ihr Engagement in sozialen und beruflichen Gemeinschaften war ein wichtiger Faktor für ihren Erfolg. Der Moment, der Alejandra ins Rampenlicht rückte, war ihre Ehe mit Richard Gere. Privatleben und Beziehungen Alejandra Silvers Leben vor ihrer Begegnung mit Richard Gere war geprägt von reichen Erfahrungen und bedeutenden Beziehungen. Sie war zuvor mit Govind Friedland, dem Sohn des amerikanischen Bergbaumagnaten Robert Friedland, verheiratet. Sie lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und ihre Beziehung entwickelte sich schnell zu einer Romanze. 2012 heirateten Alejandra und Govind und ihr Glück wurde 2013 durch die Geburt ihres Sohnes Albert gekrönt. Doch das Gleichgewicht zwischen Familienleben, Karriere und ihrem philanthropischen Engagement zu finden, stellte eine Herausforderung dar. Diese Belastungen strapazierten ihre Beziehung. Alejandra war tief in ihre humanitäre Arbeit involviert, die viel Zeit und Aufmerksamkeit erforderte. Ihr Engagement in verschiedenen Wohltätigkeitsprojekten bedeutete oft lange Arbeitszeiten und häufige Reisen, was weniger Zeit für ihre Familie ließ. Govind war hingegen stark in der intensiven Welt des Bergbaus und der Wirtschaft eingebunden. Seine Verpflichtungen erforderten ebenfalls häufige Reisen und einen anspruchsvollen Zeitplan. Das Paar fand es zunehmend schwierig, ihre Leben zu synchronisieren und die unterschiedlichen Anforderungen ihrer Karrieren führten zu einer physischen und emotionalen Distanz. Die geografische Trennung durch ihre beruflichen Verpflichtungen erschwerte die Beziehung zusätzlich. Während Alejandra oft für ihre wohltätigen Bemühungen reiste, war Govind ebenfalls weltweit unterwegs. Diese langen Trennungsphasen erschwerten es ihnen, eine enge und verbundene Beziehung aufrechtzuerhalten. Die Distanz beeinträchtigte ihre Kommunikation und sie kämpften damit, in ihrem täglichen Leben miteinander in Kontakt zu bleiben. Trotz dieser Herausforderung unternahmen Alejandra und Govind Anstrengungen, um ihre Ehe zu retten. Sie suchten professionelle Hilfe und versuchten, ihre Differenzen zu überwinden, doch die angesammelten Spannungen waren letztlich zu groß. Die Erkenntnis, dass ihre Bemühungen nicht ausreichten, führte zu der gemeinsamen Entscheidung, sich zu trennen. Im Jahr 2015 ließen sie sich scheiden, unter Berufung auf unüberbrückbare Differenzen. Das Ende ihrer Ehe war eine schwierige und schmerzhafte Entscheidung, doch es ermöglichte beiden, nach vorne zu blicken und neue Wege in ihrem Leben zu finden. Nach der Scheidung konzentrierte sich Alejandra auf die Erziehung ihres Sohnes und ihre humanitäre Arbeit. Sie hielt sich aus der Öffentlichkeit zurück, vermied das Rampenlicht und fokussierte sich auf den Ausbau der Projekte ihrer Wohltätigkeitsorganisation. In dieser Zeit baute sie ein unterstützendes Netzwerk aus Freunden und Familie auf und legte großen Wert auf persönliches Wachstum und Selbstfürsorge. Ihre enge Verbindung zu ihrer Familie, besonders zu ihren Eltern und ihrer Schwester, bot ihr ein starkes Unterstützungsnetzwerk. Zudem knüpfte sie enge Freundschaften mit Kollegen im humanitären Sektor und pflegte Mentorenbeziehungen mit bedeutenden Persönlichkeiten der Philanthropie. Diese Phase war geprägt von gesellschaftlichen Ereignissen und Wohltätigkeitsgalas, bei denen sie berufliche Kontakte knüpfte und eine Gemeinschaft fand, die ihre Leidenschaft für soziale Anliegen teilte. Beruflich setzte Alejandra ihren Einsatz für humanitäre Arbeit fort und erzielte mehrere Erfolge. Sie arbeitete mit internationalen Organisationen zusammen, um die Reichweite ihrer Projekte zu erweitern und wurde für ihre Beiträge im Bereich Bildung und Wohlergehen von Kindern anerkannt. Die Balance zwischen ihrer Karriere und ihren Pflichten als alleinerziehende Mutter stellte eine Herausforderung dar, doch ihre beruflichen Erfahrungen hatten einen bedeutenden Einfluss auf ihre persönliche Entwicklung. Ihre Liebe zur Kunst, insbesondere Malerei und Theater, blieb eine Leidenschaft, ebenso wie ihr Interesse an Sportarten wie Schwimmen und Tennis. Alejandra reiste auch gerne, erkundete neue Kulturen und verbrachte wertvolle Zeit mit ihrem Sohn, was zu ihrem Wohlbefinden und persönlichen Wachstum beitrug. 2014 erlebte Alejandra eine bedeutende Wendung in ihrem Leben, als sie Richard Gere im Relais Borgo Santo Pietro, einem luxuriösen italienischen Boutique Hotel, das gemeinsamen Freunden gehörte, traf. Richard war dort als Gast, während Alejandra an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnahm. Ihre erste Begegnung war herzlich und freundschaftlich und ihre gemeinsamen Interessen an humanitärem Engagement führten zu einer sofortigen Verbindung. Der gegenseitige Respekt und die Bewunderung für die philanthropischen Bemühungen des Anderen legten den Grundstein für eine sich vertiefende Freundschaft. Nach diesem ersten Treffen blieben Alejandra und Richard in Kontakt und entwickelten durch häufige Kommunikation eine enge Freundschaft. Sie verbannt ihre gemeinsame Leidenschaft für soziale Anliegen und humanitäre Projekte, wobei sie sich gegenseitig in schwierigen Zeiten unterstützten. Diese unterstützende Freundschaft entwickelte sich im Laufe mehrerer Monate zu einer romantischen Beziehung. Rickards Ermutigung und Unterstützung waren für Alejandra während ihrer persönlichen und beruflichen Herausforderungen von unschätzbarem Wert. Ihre Beziehung wurde Anfang 2015 öffentlich, als die Medien begannen, über ihre gemeinsamen Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen zu berichten. Ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar war beim Taormina Film Festival in Sizilien im Juni 2015. Sie nahmen gemeinsam an zahlreichen hochkarätigen Veranstaltungen und Wohltätigkeitsgalas teil und präsentierten ihre Partnerschaft und ihr Engagement für humanitäre Arbeit. Trotz der Aufmerksamkeit der Medien konzentrierten sie sich weiterhin auf ihre gemeinsamen Werte und Interessen und stärkten ihre Bindung durch gemeinsame Erfahrungen und gegenseitige Unterstützung. Im Dezember 2017 während einer romantischen Reise nach Saint-Paul-de-Vence machte Richard Alejandra einen Heiratsantrag. Der Antrag war intim und herzlich, spiegelte ihre tiefe Verbindung und gemeinsamen Werte wieder. Alejandra nahm den Antrag an und sie kündigten ihre Verlobung freudig ihrer Familie und engen Freunden an. Die Verlobung markierte ein neues Kapitel in ihrer Beziehung, das von Vorbereitungen für ihre gemeinsame Zukunft geprägt war. Die Hochzeitsvorbereitungen legten den Fokus auf Einfachheit, Eleganz und kulturelle Bedeutung. Sie wählten einen privaten und ruhigen Ort für die Hochzeitszeremonie, zu der enge Familienangehörige und Freunde eingeladen wurden, um eine intime und persönliche Feier zu betonen. Die Hochzeit fand am 23. April 2018 in einer standesamtlichen Zeremonie auf Richards Anwesen in Pound Ridge, New York. Stadt, gefolgt von einer größeren Feier im Mai 2018 auf ihrer Ranch in der Nähe von New York City. An der Hochzeit nahmen enge Familienmitglieder, Freunde und bedeutende Persönlichkeiten aus der humanitären Welt teil, die ihre Liebe und ihr Engagement durch bedeutsame Rituale und persönliche Details widerspiegelte. Die Medien berichteten ausführlich über ihre Hochzeit und hoben ihre Liebesgeschichte sowie ihr humanitäres Engagement hervor. Die öffentliche Reaktion war überwältigend positiv und ihre Ehe erhielt breite Unterstützung. Trotz der Aufmerksamkeit der Medien konzentrierten sich Alejandra und Richard weiterhin auf ihre wohltätigen Bestrebungen und nutzten die Berichterstattung, um die Reichweite ihrer Projekte zu vergrößern. Ihre Ehe beeinflusste ihr öffentliches Image, indem sie als vereintes und engagiertes Paar wahrgenommen wurden, das sich der positiven Veränderung verschrieben hatte. Im Eheleben fanden Alejandra und Richard eine Balance zwischen ihren persönlichen und beruflichen Verpflichtungen. Sie setzten ihre Zusammenarbeit bei verschiedenen humanitären Projekten fort und bündelten ihre Expertise und Ressourcen um erfolgreiche Initiativen im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen und für das Wohl von Kindern zu verwirklichen. Ihre gemeinsamen Anstrengungen brachten ihnen Anerkennung für ihre Beiträge zu humanitären Anliegen und verstärkten die Wirkung ihrer Projekte. Es war für Alejandra und Richard entscheidend, öffentliche Auftritte mit privaten Momenten für sich und ihre Familien in Einklang zu bringen, um ihre Beziehung und ihr persönliches Glück zu bewahren, die Herausforderungen, ihre Familien zusammenzuführen und die Kinder des jeweils anderen zu unterstützen, stellten eine ständige Aufgabe dar. Sie mussten zahlreiche Hürden überwinden, darunter die öffentliche Aufmerksamkeit und berufliche Verpflichtungen. Doch durch ihre gegenseitige Unterstützung meisterten sie diese Herausforderungen. Sie lernten wertvolle Lektionen aus diesen Erfahrungen, die ihre Bindung und Widerstandsfähigkeit stärkten. Ihr kontinuierliches Wachstum als Paar zeigte sich in ihren gemeinsamen Erlebnissen und dem gegenseitigen Rückhalt. Trotz ihres perfekten öffentlichen Images hatten Alejandra und Richard auch private Kämpfe zu bewältigen. Gesundheitsprobleme, familiäre Dynamiken und beruflicher Druck stellten ihre Widerstandsfähigkeit auf die Probe. Sie meisterten diese Herausforderungen mit gegenseitiger Unterstützung und schafften es, eine positive öffentliche Wahrnehmung aufrechtzuerhalten. Ihre Strategien im Umgang mit den Medien halfen ihnen die Balance zwischen öffentlichen Auftritten und privater Zeit zu finden und so ihr persönliches Leben und ihre Beziehung zu schützen. Während sie viele Aspekte ihres Lebens unter Kontrolle hatten, blieb Alejandras sich verschlechternde Gesundheit die eine unvorhersehbare Herausforderung. Alejandras Gesundheitsprobleme begannen 2015, als sie sich zunehmend erschöpft fühlte. Sie hatte häufig Kopfschmerzen, fühlte sich schwindelig und wurde manchmal ohnmächtig. Anfangs dachte sie, der Stress sei die Ursache und versuchte mit Ruhe und Änderungen ihres Lebensstils die Symptome zu lindern. Mehrere Ärzte vermuteten ebenfalls, dass sie mehr Entspannung benötige und verschrieben einfache Schmerzmittel, die jedoch nur kurzfristig Linderung brachten. Doch ihre Symptome verschlimmerten sich bis Ende 2016. Sie litt unter starken Gelenkschmerzen, ihre Muskeln waren schwach und sie fühlte sich selbst nach einer erholsamen Nacht ständig erschöpft. Diese Beschwerden beeinträchtigten nicht nur ihre alltäglichen Aufgaben, sondern auch ihre Fähigkeit, mit ihrem Sohn Albert zu spielen oder ihre Wohltätigkeitsarbeit fortzusetzen. Ihre sich verschlechternde Gesundheit belastete auch ihr Privatleben. Sie wollte die bestmögliche Mutter und Partnerin sein, doch ihre körperlichen Einschränkungen machten es ihr schwer. Dies frustrierte sie, besonders weil sie das Gefühl hatte, zunehmend auf die Unterstützung von Familie und Freunden angewiesen zu sein. Trotz dieser Herausforderungen gab sie nicht auf und begann verschiedene Spezialisten aufzusuchen. Sie konsultierte Rheumatologen und Neurologen, die zahlreiche Tests durchführten, darunter Blutuntersuchungen, MRTs und CT-Scans. Doch es gab keine klaren Antworten und selbst empfohlene Therapien brachten nur wenig Erleichterung. Nach ihrer Hochzeit mit Richard im Jahr 2018 verschlimmerte sich ihre gesundheitliche Verfassung weiter. Die Symptome, mit denen sie seit Jahren zu kämpfen hatte, wurden intensiver und neue kamen hinzu. Chronische Schmerzen und extreme Müdigkeit waren tägliche Herausforderungen. Richard unterstützte sie in dieser schweren Zeit nach Kräften, begleitete sie zu Arztterminen und sprach oft öffentlich über ihre Stärke und ihren Mut, was das Bewusstsein für ihre Krankheit erhöhte. Schließlich, nach zahlreichen Arztbesuchen und Tests erhielt Alejandra die Diagnose einer seltenen Autoimmunerkrankung, die mehrere Systeme ihres Körpers beeinträchtigte. Diese Diagnose brachte sowohl Erleichterung als auch neue Ängste mit sich, da sie nun endlich eine Erklärung für ihre Leiden hatte, aber auch die Herausforderungen, die mit der Behandlung und dem Leben mit einer solchen Erkrankung einhergehen, vor ihr lagen. Sie begann eine gezielte Behandlung, die aus Medikamenten, Physiotherapie und erheblichen Anpassungen ihres Lebensstils bestand. Alejandra konzentrierte sich auf ihre Gesundheit, blieb jedoch weiterhin engagiert in ihrer philanthropischen Arbeit, auch wenn sie viele Aufgaben delegieren musste. Gemeinsam bewältigten Alejandra und Richard diese schwierige Phase und nutzten ihre Bekanntheit, um das Bewusstsein für Autoimmunerkrankungen zu schärfen und mehr Unterstützung für Betroffene zu fordern. Bekanntheit, Bekanntheit, Bekanntheit,